So, in der nächsten Runde. Ich werde mal ganz kurz einblenden, was in meiner letzten Runde passiert ist. Ich will dazu nicht viel sagen. Das war die bessere Runde meines Lebens und ich begrüße euch erstmal kurz, ne? Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wir spielen hier Bad Wars 8x1 gegen einen Typ aus meiner FL. Ich will einfach mal so gucken, wie die so spielen, wie die drauf sind und... was sie so machen. Und daher bin ich ihm jetzt mal nachgejumpt und spiele jetzt mal so ein, zwei Runden. Ich hoffe mal, dass ich irgendwas geschissen bekomme. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Die letzten Tage sind Daily Videos gekommen. Daily Hustle, Daily, Daily. Jeden Tag Videos. Nur für euch, für dich, für dich. Für den, der gerade zuschaut hier. Und ja, äh, fragt mich nicht, warum ich jetzt Daily bringe. Wird nur ein Monat zu sein. Das mit diesem leichten Clickbait-Anhauch wird auch nur so ein Monat sein, circa. Weil ich unbedingt YouTuber auf ReWi haben will. Und dafür habe ich zur Zeit noch zu wenig Klicks. Und sind gerade beide runtergesprungen. Ja, moin. Und daher will ich jetzt im Monat durchhusteln, damit ich die Klicks dafür erreiche. Liebens. Und, und. 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 Und ja. Und. 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 Ja. Ich bin jetzt schon wieder hier mit meinen 33 Grad im Zimmern am PC. Vor circa anderthalb Stunden aufgestanden. Hab schon mal ne schöne Q-Doo-Aufnahme gegen einen anderen YouTuber, beziehungsweise VIP aufgenommen. die ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht so genau. Und. Ja. Wir, wir hoffen jetzt mal hier, dass, dass die Runde was Schönes wird. Und. Der Typ aus meiner FL hat echt viel Luck. Leute. Der hat mir gerade einen richtig schönen Lucky Double Hit gegeben. Wir müssen auch gucken, ne. Weil, äh. Ach, wir sind in Rush. Ähm. Ja, ich hätte gedacht eigentlich, dass ich Bad Rush spiele hier. Aber irgendwie sind wir jetzt doch in Rush gelandet. Ähm. Okay. Ich glaub, ich weiß dann, was ich jetzt mache. Dann mach ich ab jetzt nämlich die absolute Abfucker-Taktik hier. Und wie ihr wahrscheinlich schon hört, wisst ihr, was ich meine. Bisschen. Ein bisschen Maus abjutsen. Maus muss brauchen hier, Leute. Und. Hoffen, dass die Typen sich da nicht noch höher stacken. Mate. Über dir. Über dir. Mate. Mate, jump doch down. Mann. Leute. Ich glaub, das ist so ein Ego-Player. Der sich so denkt, ne. Ohne mich geht das Game einfach nicht. Du wirst die Gegner nicht bekommen, du. Hätte ich beinahe gesagt. Ich glaub, ich muss das piepen, ne. Ähm. Ja, gut. Na, komm hoch. Komm nicht hoch. Geht hoch. Vielleicht kriege ich sie mit Maus-Abuse. Vielleicht auch nicht. Äh. Vielleicht bekomme ich sie doch. GG. So. Da haben wir die Runde auch schon gewonnen. Ich konnte zwar kein einziges Mal oder einmal bei einem Anti-Storm gegen meinen Typen aus DFL spielen. Aber. Ist okay. Relation. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder morgen. Na ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Haha.